So, Begleitung, jetzt gehen wir auf die ganzen Note zum zweihändigen Spiel und dann sieht es so aus. Ja, und dann gehört C, G und dann wieder C, dann mache ich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10, jetzt geht es auf den F und wieder auf C. 1, 2, 3, 4, 10, jetzt geht es auf den F.